Herr Musiker aus Fernerlande, es ist so weit. Auch in unseren Breitengraden haben wir musiziert. Sascha, übernehme das Wort. Herr Jens Knossala, Paul Würdig, Manni Mark und meine Wenigkeit haben uns auch eines Abends mal zusammengefunden beim Herrn Manni Mark daheim und haben gemeinsam musiziert. Und was genau wir da musiziert haben, würden wir Ihnen, sowohl als auch unseren Gästen, gerne präsentieren. Vortrag. Ein Wohl. Ein Wohl darauf. Ja, für den einen oder anderen klingt das töricht. Doch ich träume jede Nacht, ich wär ein König. Mit einem Garten, einem Pool und einer Krone. Und einem Mark zerwitt die Nudeln oben ohne. Aber so wie Norman bin ich nur ein Ritter. Jedoch einer, der die Chance ergreift, wenn er sie wittert. Wenn das Abenteuer ruft, mach ich mich auf. Denn lieber dieser Drache da draußen, als der Drache zu Hause. Auf jeder Schlossgartenparty bin ich Promi. Alle kommen mit der Kutsche, ich komm auf'm Pony. Die Löwenmähne ist gekämmt und die Rüstung glänzt. Alle sagen, ich bin Mittelalter, 50 Cent. Ich bin ein edler Herr und ein Ehrenmann. Einer, der das Biest mit einem Hieb erlegen kann. Ja, ich weiß, so schön kann keiner sein. Und darum reibt die Meid an meinem königlichen Bein. Die wir ehren werden, wir gefährden. Ja, wir haben schon wieder Lust. Auch das, was wir erleben werden. Brüder, hebt die Krüge hoch. Und la 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 la. Ja, ich sehe aus wie eine Nadel. Doch ich bin ein Ritter ohne Feucht und Tadel. Bin sogar ohne Rüstung draußen, wenn es hagelt. Und zwischen meinen Beinen baumelt ein Sack voll Bargeld. Und wenn die Sonne sich spiegelt in meinem Kettenhemd, kommt eine Rolex, die plötzlich so vor wie Secondhand. Meine Lanze pack ich einfach nur aus. Und dann ist die heute meint. Meine Frau, ich bin Sascha. Ja, wir sind Dritte aus Leidenschaft. Gutes Benehmen haben unsere Mütter uns beigebracht. Tut mir leid, Madame, ich bleibe nur eine Nacht. Hab meine Lanze gut versteckt, jetzt am Feigenblatt. Und ich bin immer unterwegs, weil ich Feinde hab. Aber ich kämpfe gegen alles, was Beine hatten. Egal ob Drachen oder Fähne, ich geb keinen Fuck. Und jetzt sag dem Wirt, er bring mir bitte den Weizensaft. Spitz nur. Wir ehrenwerten Weggefährten. Ja, wir haben schon wieder Lust auf das, was wir erleben werden. Brüder, heb die Krügel hoch und... Die vier ehrenwerten Weggefährten. Ja, wir haben schon wieder Lust auf das, was wir erleben werden. Brüder, lebt die Prüge hoch und la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, hey. Musik Die 4 Ere werden weggefährten, ja wir haben schon wieder los, auf das was wir erleben werden Brüder, lebt die Prüge hoch und la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Lalalalalalalala Lalalalalalalala Ho! Ho! Das war ganz toll! Ich habe keine Entscheidung gemacht.